Polkorea... ... also... ... also... Genau, lass die da unten erst noch durch. Nächstes Auto kann ruhig kommen. Wir fahren zum Startpunkt und gleich nach vorne hinkommt. So raus! Auf Wiedersehen! Das war's. Applaus Super, gut auf der Bremse Super, gut auf der Bremse geblieben, ne, wirklich schön voll drauf bleiben Versucht das gleich mal bei dir in am Lenkrad zu kriegen bei der Übung im Echterglock Genau das, ne, kann auch durchaus sein, wenn man die Mitte aufgeht, da brauche ich natürlich gar nicht zu liegen, nächster kommt, wenn die Augen schnell genug sind, kriegen wir ein eigenes Rechmut hin Ja, ich denke, du wolltest das Auto abfangen, hallo? Hatten wir doch so ausgemacht, abfangen und dann um die Mitte rum, oder? Ja 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 Norddeutscher Rundfunk Hallo?